Hinter Bachelorette Maxime Herbert liegen einige turbulente Wochen. Beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludovic trifft sie nun auf Leon, Julian, Zico, Max und Raphael. Achtung, es folgen Spoiler! Obwohl Leon und Julian zu Maximes Favoriten gehörten, verließen beide freiwillig die Show. Maxime zeigt Julian gegenüber deutlich ihre Enttäuschung und Wut über die negativen Dinge, die er in der Villa über sie geäußert hat. Vor allem Julians respektloses Nachäffen der Bachelorette sorgte für jede Menge Unmut bei Maxime und allen ZuschauerInnen. Julian entschuldigt sich beim Wiedersehen für sein Fehlverhalten. Dann lassen Zico und Julian schon die nächste Bombe platzen. Leon soll Maxime nach der Show einen Liebesbrief geschrieben haben. Daraufhin sollen beide viel geredet und sogar telefoniert haben. Das bestreiten jedoch sowohl die Bachelorette als auch Leon. Doch was ist mit Raphael, der die letzte Rose bekommen hat? Sind er und Maxime ein Paar? Maxime antwortet in der Wiedersehensshow ehrlich. Wir mögen uns sehr und haben uns auch schon ein paar Mal getroffen und haben das auch weiterhin vor. Wir gucken, wo es hingeht.